Battlefield 4, wir spielen den Modus Hallo Freunde Ja, wir spielen den Modus, hallo liebe Freunde, Trägerangriff Und man muss hier die Punkte einnehmen Der Brot, du kannst ja mal kurz erklären Oh, jeder selber Ich hab keine Ahnung, ich hab den Modus Trägerangriff Noch nicht gespielt, aber offensichtlich Muss man hier zwei Punkte einnehmen Wir sind ja jetzt gerade in der Mitte Irgendwie, und dann soll das wohl Irgendwie so sein, dass der Raketenwerfer abgefeuert Wird, aber so ganz genau haben wir das auch noch nicht Herausgefunden Besten vorbereitet Auf jeden Fall So, ich hab den Ich hab den Modus noch nie gespielt Kann ja ganz lustig sein, gucken wir einfach mal Es kann, aber muss nicht Wolltst du, welche Klasse bist du? Aufklärer Sehr schön Hat er sich so einen gelben Zettel an der Wand Hat er sich aufgeschrieben Jetzt mal hier ab die Pots Wolltst du, welche Klasse bist du? Innozent So, jetzt lassen wir hier zusammenbleiben Genau, schön Ja, aber wo müssen wir Oh, von hinten? Hier ist dieser Raketenwerfer Der feuert dann rüber aufs andere Trägerschiff Wenn wir diese Punkte eingenommen haben Das heißt, wir müssen jetzt hier Oh, Eingang Hier rechts Schön, wir haben den Wir haben sie, die Flagge Wir haben sie Und das heißt Achso, guck mal da Da sind die Flugzeugträger Das muss ich, glaube ich, aufladen Nee, nee Der Flugzeugträger Das ist, glaube ich Die Energie des Trägers Ich kann euch das erklären, ja? Ja, ich hab das doch gerade erklärt Der schießt doch jetzt rüber da Zack Und jetzt wird der Träger angegriffen Oh, hier kann man mit Dings fahren Ach, der Träger von den anderen Ist ja fast down sogar Oh, Mann Unten links können wir sogar erkennen Dass der Träger jetzt zum Beispiel An Energie verliert Und wenn er down ist Oh, da kommt ein Boot, Leute Da kommt ein Boot Ich bin down What? Ja Medic, Medic Bonds, wo bist du? Bin tot Ich bin doch gar kein Medic, Mann Ich bin Aufklärer, Alter Warum spielst du denn Aufklärer im Nacken? Oh, Mann, ist das euer Ernst? Ist doch scheißegal, Mann Weißt du, wir wollen hier voll im Squad spielen Und du spielst auf Ich hab erstens die Map noch nie gespielt Modus auch noch nie gespielt Und was ist hier los? Und, und wir gewinnen gleich Weil eigentlich ist doch der Träger jetzt down, oder nicht? Nee, nur 60, Shitter Komm, wir müssen uns den Raketenwerfer wiederholen Komm, komm, komm Wo bist du denn? Wir müssen uns den Punkt wieder einnehmen, ne? Wir sind links vom Container Hier, Leute, go Der DLC ist übrigens Never Strike, heißt der Never Strike spielen wir hier Es geht nicht um die Kills, Major Es geht nur um die Kills Nein Na, und dann sterbe ich, ne? Supporten Kommt, wir müssen eine Flagge einnehmen Ja, haben wir doch Okay T-A erobert Da, die letzte, die letzte Rakete Schieß Nein, guck doch mal, ich muss auch das Karte nehmen Jetzt bald hochgehen, oder? Da siehst du doch Hey, jetzt ist wieder voll ausladen, hä? Ja, eben war das halt fast dauernd Die können das Ding wieder Dings machen Ja, die können das Ding auf jeden Fall wieder Ding machen Aber das kann doch nicht sein, wenn die da einmal drangehen, dass der Flugzeugträger dann direkt wieder voll ist Okay Lassen wir auch rüberfahren, komm Heli Nee, das ist ja der in Base, da kannst du nicht rüberfahren Wir müssen auf jeden Fall sonst E einnehmen, oder? Halt die Punkte in der Mitte Ja, lass uns mal treffen, wir gehen nach E Ja Okay, alles klar Da war eine interessante Map Ja, finde ich auch, die ist sehr cool Ja, die Map ist sehr nice eigentlich Oh, jetzt ist dein Trägerschiff ein Zeichen Vorsicht hinter uns, hinter uns, hinter uns Links, links vorne, Dennis, pass auf Tot, 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 tot Leute, zusammenbleiben, zusammenbleiben Boah, das ist doch so ein Müll, Leute Ich bin tot Mates, einmal ruhig bleiben Komm nicht hin und reviven Medic Nee, Bons ist tot Ich bin falsch Boah, bin ich hier jetzt der neue Bronze, oder was? Der neue, 0-4, ey Der neue Bronze Guck mal, Leute Wir können jetzt hier irgendwie über A abspringen Und dann müssen wir, glaube ich, das Trägerschiff irgendwie entern, oder so Ich weiß es auch nicht genau Okay, ja, das war wahrscheinlich der Pfeil, ne? Genau, der Pfeil bedeutet jetzt, dass wir das, glaube ich, entern können Und sprengen vielleicht oder irgendwas Dann müssen wir vielleicht doch darüber fahren Ja, spreng, dann lass mich vor Okay, jetzt würde ich sagen, machen wir alle dann oben Lass uns dann abwerfen, ne? Versuch das mal Abwerfen Ah doch, das können wir auswählen, lol Genau Wir müssen den Träger jetzt entern Ja Wir sind jetzt hier Navy Seals los Here we go Da, Alter Alter, haben wir Wir entern das Ding, wir entern das Ding Alter, ich bin in der Luft Ach was Ich war gerade tot Okay, ich bin drauf So, wo geht's hier rein? Hier fliegt ein Gegner, ist ja Helicopter rum, aufpassen Ach, wir müssen die Bombenplätze zerstören hier am Träger Seht ihr das? Das sind die roten Pfeile Jetzt stellen wir den Scheiß-Kahn hier in die Luft Okay, machen wir das mal So, ich bin hier unten Das ist ein richtig geiler Modi Ja, klar Das war was anderes Das ist ja wie so eine richtige Mission, Alter Die verteidigen die das jetzt mit aller Kraft hier Ist ja fast so Bisschen so wie Bad Good Hardline, so, weißt du Dass man wirklich mal eine Mission hat, ne? Zum Beispiel Sauber Nur noch einen Bombenplatz Ja Oder ne, haben wir jetzt alle Hier ist ein Riesenboot, Leute, kommt mal her Wie seid ihr denn da runtergekommen? Du musst drum herumlaufen, da ist so ein Eingang Äh, warte mal Das Boot kannst du nicht navigieren, das Boot hängt Wo ist denn hier der zweite Bombenplatz? Oh Mann Also wie es aussieht, haben wir schon alle beide zerstört, oder? Ja, und ich komme nicht hier bei euch rein, ey Ja, ist nur komisch, ne? Dass jetzt das Spiel noch nicht vorbei ist, oder so Ja, oben werden auch Punkte angezeigt, aber was haben die damit zu tun? Feindlicher Maschinenraum ist angreifbar Ah, geil Wir müssen B, ja Maschinenraum Sauber, Leute, go, go, go Also es ist hier nach und nach freigeschaltet Alter, wie nice Genau, genau So, wenn man das mal weiß, dann ist das natürlich besser, ne? Boah, Alter Okay, runter Genau, hier können wir runter, super So, und hier müssen wir jetzt abgehen Komme ich rein, indem ich in der obersten Etage bin, oder wann? Oh, da muss ich ab Die Treppen runter Hier, pländen, pländen, pländen Go, 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 go Oh, oh, hinten kommt einer Yo Kannst du mich rein, Alter, fuck, fuck, fuck Komm ich rein, Alter Ah, jetzt, ah, jetzt Unser Träger ist angreifbar Wir müssen einfach schneller sein Ja, wir müssen das Ding jetzt hier in die Luft jagen Die dürfen jetzt nicht mehr entschärfen Go, 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 go Aufpassen, hinten kommen auch welche Ja, ja, die kommen hier von rechts Sehr schön, sehr schön Weiter, weiter, weiter Go, 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 Leute Komm, das Ding explodiert gleich Aufpassen, dass keiner entschärft Ganz wichtig, ganz wichtig Yes Yes Nach dies, Alter Alter, wie geil war das denn? 41, 40, Alter Echt schlecht, Mann Echt schlecht, Träger Aber, Alter, wie cool ist bitte dieser Modus, Mann Da hängen wir direkt nochmal hier ein Match dran, ey War auf jeden Fall extrem spannend Ja, ich habe den Modus nochmal spielen Ja, klar, ich habe den Modus natürlich noch nie gespielt Da muss ich jetzt erstmal selber reinkommen Ja, okay, aber Also wir müssen die Punkte einnehmen Damit wir die Raketenwerfer aktivieren Die dann auf den Flugzeugträger einschießt Und sobald der dann angreifbar ist Müssen wir den dann einnehmen Und die beiden Bombenplätze Ja, so läuft das Das ist ja eine Megamission, Alter Ich kriege sogar der Major hin Ich muss ganz kurz die Skills von 4, 6 Oh, Bronzisch steigert sich, meine Damen und Herren Ja, oh, Alter, was habe ich denn Ja, 4, 6 4, 6 Ja, ich komme noch über 1, 0 auf jeden Fall Ja, Messi, Ronaldo Da war es sein härtester Tag in seiner ganzen Geschichte 2, 5 Ja, aber ich bin die ganze Zeit allein irgendwo rumgerannt Man hörte ihn nur sagen Wo komme ich hier rein? Ja, ich weiß gar nicht, wo ihr das rangeht So, 3, 2, 1 Willkommen zum neuen Jahr Aber das ist wieder das Coole an den DLCs Jetzt müssen wir mal ein neuer Modi Neuer Modi und dann Neuer Modi, neue Maps Aber jetzt müssen wir echt auch mal schauen, dass wir wieder im Squad spielen Operation Mercer Also, erobert und haltet Raketenwerfer, um den feindlichen Träger zu beschädigen Bei halber Gesundheit bricht der feindliche Träger auf und kann geerntet werden Geerntet mal werden Das ist mir auch auf So, Trägerangreifung verteidigen Entert den feindlichen Träger und zerstört die 2 Ziele darin, um zu gewinnen Bla, 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 bla So, ich würde sagen, wir gehen alle hier in den Hebi Das ist ganz, ganz simpel Man muss entweder verteidigen oder man muss zerstören Und man hat immer Plätze, wo man halt was platziert Ja Tack, so ist es Okay, ich bin da hast du mal die rausgesprungen Boah, guck mal, wie geil das aussieht von dir Muss ich mal ganz kurz einen Screenshot machen Hä, guck mal, warum ist diese Rap City so oben? Das brauchen wir jetzt, Dennis Wir brauchen ein Fahrzeug, ne? Komm mit mir Komm mit mir, ich weiß wo Dennis, folg mir einfach Na, geh doch Na, folg mir Ich war schon gerade hier Bonzo, wo bist du? Ich spawn jetzt bei euch Ja, okay Weißt du, warte, tschüss Insgesamt haben wir jetzt 30 Alter, hier sind Hovercraft, man Hier sind Hovercraft Das sind meine Jungs Alle, wir nehmen alle einen Hovercraft, komm Let's go Bam Wie geil ist das denn, drücken, man Wie cool ist das denn, Alter, geil Folg mir, folg mir Mioow Mioow Alle, wie geil sieht das denn aus Das feiert euch ja grad mega Warte, darf ich einen von euch anfahren? Nein Nein, wir machen das schön Wir machen das schön Wir sind ja die Hovercraft, gang Denkt dran, wir können damit auch auf die Inseln drauf, ne? Okay, zu C nachher Wo ist C, Alter? Ey, Mann! Oh, fuck, die feuern schon die ersten Raketen ab Komm, 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 komm Ey, nimm mich einer mit Was hast du jetzt gemacht? Ich bin auf die Insel gefahren Der Mensch ist gestrandet Ja, ich bin gestrandet Aufpassen Oh, der Heli, der Heli Oh, der Heli, Mann, der macht echt eine Attacke hier gerade Ich steig aus, ich steig aus Oh, Scheiße Was mach ich denn jetzt, Alter? Ach, RCP, dieses komische Schiff hier Das hat uns attackiert Bin ich da jetzt nicht auf die Insel gekommen, das bei C, oder was? Ja, ich schwimme mal rüber, schwimme mal rüber Ich schwimme alle bei dir jetzt Ne, ich bin auch drauf, ich bin auch drauf, Dennis Hey, geh in Deckung, geh in Deckung Ja, ja Alter, der Heli wollte auf mich landen Komm, wir haben gleich den Punkt, wir haben gleich den Punkt Komm, dann irgendwann Nein, ich hab ein Boot Ich hab ein Boot angefahren Ja, ja Da brauchst du dich gar nicht mit anlegen, Alter Ja, das sind diese Hardcore-Boote, da Ja, genau Dann kannst du die in die Sprengen Wann seid ihr denn? Alter, die umrunden, die umrunden, die ganze Insel Ja, ja Dennis, spawn mal bei mir, ich hab voll die Hammer-Location Pass auf, Bronze Ja, ja, du bist einfach nur eine Poppe, du Arsch Wir sind im Wasser hin, weißt du? Ich bin jetzt fast bei E Ja, ich spawn bei E Wir dürfen den Flaggenstatus nicht hergeben Ja, die nehmen das wieder ein, das können wir nicht machen, weil die die Fahrzeuge haben Ja, das stimmt Fuck Oder, ja gut Oder wir gehen jetzt mal rüber nach F Nach F und dann holen wir uns Wer kommt E? Ich bin mit Dennis bei E Aber wir kommen hier nirgends weg, Bronze Ach, scheiße Lasst euch killen D haben wir Wo war der denn? Wir sind in nem Haus da Alter, hier ist ne Brücke, wie geil ist das denn? Alter, wie viele sind das denn? Komm, Bronze Ja, direkt hinter dir Äh, E brauchen wir damit halt, äh, der gegnerische Raketenwerfer glaub ich Wo einen hab ich? Wo ist denn E? Oder müssen wir dazu auch G und äh, die Mittleren einnehmen? Ne, ich denk mal, jeder Punkt ist so ein Raketenwerfer, oder? Hm, das weiß ich jetzt nicht Das gibt das ja irgendwie keinen Sinn Es gibt auf jeden Fall zwei Raketenwerfer, einmal äh Hier rein, Bronze? F ist glaub ich Raketenwerfer Wo seid ihr denn Mann? Wir sind hier mitten auf der Insel Welcher? Bei D Wir versuchen mal zu euch zu kommen, warte mal Da kommt mal nach E Jungs Ja Bin bald hier, bin bald hier Oh Mann, hinter dir, hinter dir Dennis Bronze, hast du ihn? Ja Kannst du mich wiederbeleben? Down Nice Okay, super Medikett, Medikett Weiter Hab ich, hab ich Hier lass mich jetzt vorgehen, lass mal Jo, jo, jo Wie gesagt, E Leute, ne? Ey, wir kommen jetzt zum E rüber Ja, wir sind aufm Weg, wir sind aufm Weg E klingt gut, das ist nämlich äh Der Raketenwerfer, um die anzugreifen, glaub ich Ja, E war meine Idee am Anfang Ja, aber was haben denn die anderen Punkte dann für einen Sinn? Ich weiß das nicht, ey, aber nee Alter, wir werden wieder geschossen von hinten oder so denn Nee, von unten Go, go Nee, nee, kann mich gar nicht treffen von unten So, wir sind jetzt gleich bei E Leute Bin tot Da steht auf jeden Fall Panzer alles Ja, da ist eh richtig krass gewacht Wir müssen alle gemeinsam runter Okay, okay, machen wir nochmal, das gehen wir hin Alter Wir müssen dazu sagen, wir haben die Map auch noch nie gespielt, ne? Panzer Operation Mörser Das ist alles neu jetzt für uns Äh, ich geh mal in Heli rein hier, warte mal Der Mensch hat jetzt den Pass abgelenkt Bist du tot, Dennis? Ja Was machen wir, wollen wir in der Hauptbasis spawnen und dann nochmal neu angriffen? Ich nehme ein, ich nehme ein, alter Nein, komm bei, komm bei, äh, beim Major, 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 okay, alles klar, wir sind da, wir sind da Go, go Hoffentlich kommen jetzt keine Boote Äh, verteilt euch weiter, was macht ihr alles mit ihr? Ja, wo sollen wir hin? Ich guck mal die linke Seite Ich bin jetzt kein, äh, Sunny mehr, Leute, ne? Hinter euch Ah, Alter, da hat mich jemand rausgeglitscht, wer war das? Kann mich jemand reviven? Ja, ich, warte Irgendeiner muss Sunny von uns sein Ich bin jetzt RPG, ich bin jetzt kein Sunny mehr, wegen den Schiffen, ich versuch mir dann die Schiffe wegzuholen Fuck Oben aufm Berg Alter, von allen Seiten jetzt hier, weg hier, weg hier, weg hier Ja, wir haben eingenommen, aber wir müssen hier verteidigen, Alter, mit dem Boot Wir müssen verteidigen, Leute Wir schießen mit dem Boot hier Ja, mit dem Boot brauchst du dich nicht anlegen, da hast du keine Chance Wo ist das Boot? Wo ist das Boot? Ich seh's Hab ich, hab ich, hab ich schon Alter, hier voll das Oberloch Alter, 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 fuck, fuck, fuck Dennis, pass auf Wir sind irgendwo links von mir Sorry Hast du? Aber sie geht mega geil aus, stimmt Leider nicht getroffen Scheiße Oh, da kommt so ein Panzer angerollt Oh Da, unten Da unten Ich hab den markiert, ich hab den markiert Ich hab den markiert Ich hol mir den Der C Oh, noch ein Motorboot, fuck Oh, oh Pass auf, Dennis Motorboot Egal, entweder geh ich jetzt drauf, oder ich hab den zur Stelle Panzer Gib ihm, spring ihn weg, komm Dennis Ah, scheiße, eine Sekunde zu früh Schade Alter Die haben mir alles hinzugestellt Ich hätt ihn gehabt, ich hätt ihn gehabt Ah, guck mal 70% Unser Flugzeugträger, bei denen 78% Oh ja, sehr eng Sehr, sehr eng Wir brauchen auch diese Motorboote Die Frage ist wirklich, ist jeder dieser Punkte halt ein Raketenwerfer, ne? Aber ich glaube schon Ja, der muss ja, ne Das Beste wär, wenn der, äh, Major das Boot mal da zerstören könnte Das wär eigentlich das Beste Womit denn? Ich bin, ich bin Medik Oder der Bronze Ja, ja, ich bin jetzt auf jeden Fall, RPG hab ich am Start Ja, mach was Wo ist, wo ist das Boot? Bartz, wir ballern hier auf das Boot ein Das Boot haben wir, das Boot ist weg, das Boot ist weg Ich bin auf dem Boot gespawnt Bin tot Erzähl mal, erzähl mal Bronze, wo, wo hast du ein Heli gewonnen? Top Basis Okay Also Trägerschiff Ja, aber das war alles scheiße, weil da stand direkt ein Schiff daneben, hat das Ding direkt abgeschossen, weißt du? Fuck Schwachsinn, ey Ich find das so scheiße, dass ich... Brauch mal bei F, Leute, bei F Okay So geile Waffen haben Ich spawn, ich spawn einfach bei dir Wo ist G? Na, wir gehen nochmal nach E, oder? Komm, wir gehen nochmal nach E Ja, die haben mehr Punkte als wir, wir brauchen auf jeden Fall D wär ganz gut Der ist weg in der Nähe hier Alter, das ist ein Transport Heli Wurde, dann geh mal los Ist oben auf dem Hügel draus, die sind Ja Ja, Major, was sonst? Ja, ich mein Kampf Heli Seit FW gibt es aber auch immer, ich Ja, ich, ich, komme Hoch, 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 go, 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 jawohl, die nehmen schon einen Ja, wir müssen echt jetzt hier bisschen Gas geben, mit einem nehmen und alles Guck mal, der kann nicht rausschießen, aber ich... Okay Okay Ich muss raus Go, go, go Sehr schön, Leute, sehr, sehr schön Aber krasser Lab eigentlich, oder? Also find ich gut Ja, mega cool Du kannst hier die Pumpe benutzen, Alter, diese alte Kanone Hä? Geh mal her, geh mal weg Darf ich auch mal? Lol Hö, alter Egal, komm weiter, weiter, was nehmen wir für den nächsten Punkt? Geh, komm wir holen uns, geh Erst E, dann G, komm, go, go, go Geh nochmal weg Aber das muss ich echt am Battlefield loben, ne? Dass man da so klein fällt Ja, ich würde erst nach, Alter Boah, lass uns erst nach G gehen Echt Hast du? Schön, sehr schön, Dennis Komm die Jungs, erst nach G Boah, alter, hier fliegen die Kanonenkugeln Oh, komm, 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 komm Ich hab die Kanonenkugel Ich schieß jetzt nochmal E ignorieren wir mal, weil E ist ja nicht Ja, ja Für den Müll, Alter Ja, hast du den geholt da gerade, oder was? Seid ihr hinter mir, oder was? Komm, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir Ja, ich bin hinter dir, weiter, weiter Wir sind rechts, äh Hinter, hinter, Meter, hinten Hier, hinten Hast du den Curry? Tot, ja Kannst du mich mit dem Weiber Curry, ne, ne? Achso Einer von euch muss mal Sanitäter spielen Ja, das, das gibt's nicht, das gibt's nicht, Mann Komm, wir holen uns den Punkt jetzt Ja, ja, genau Ich hab einen Kill, bis jetzt Nicht alle hier rein, nicht alle hier rein Verteilen, Leute Fahrzeuge, wenn ihr Fahrzeuge seht, sagt mir sofort Bescheid Ja Markieren, einfach markieren, verteilen euch So, die können jetzt nicht mehr hier spawnen, Leute Ist schonmal gut Komm, 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 komm Sehr schön, aber komm Jetzt, Alter, die haben die wieder eingenommen Wir nehmen einen Punkt ein und der andere ist wieder weg Da kommt einer, da kommt einer, Leute Das gibt's nicht Hier links, bei mir Guck mal, bitte Markieren, markieren Down Ja, ich bin down, kannst du mich bitte reviven? Ja, ich mach's das sehen, warte Sauber Danke Ok, Leute, jetzt von hier aus nach E, oder was? E, ja Ah, scheiße Ich hab so das Gefühl, dass wir das einzige Spot sind, das sie einnimmt Wir müssen nachher auf unseren Träger, glaube ich, um verteidigen Ja, ja Das wird schon dauern Das wird schon dauern Jetzt schon Ja, ich mein, ich mein, dass die, äh Nicht Dings Blenden Guck mal, jetzt schon, die können schon einnehmen Hier passiert halt gerade nicht so viel Keiner, kein Spot nimmt wirklich ein Äh, okay Da kommt jemand Markieren, Leute Lass mich hingelegt, lass mich hingelegt, Renate Markieren Er ist tot, er ist tot Einsatzziel Echo ist jetzt unter unserer Kontrolle Ok, weiter, komm, wir müssen zum nächsten Punkt Aber wir können's doch schaffen Wir müssen einfach Punkte einnehmen Wir müssen einfach Punkte einnehmen F, 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 F Ja, D wurde auch wieder angenommen, Leute D, komm, D, Alter, komm, D Ist näher Ne, F ist näher Der Feind hat gerade Einsatzziel Alpha notalisiert Was ist das Problem? Alpha schon down Das ist, das wird schwer Ja Egal, wir kümmern uns jetzt einfach um die Punkte Fertig Ja Unser, unser Maschinenraum ist angreifend Problem ist, wenn wir jetzt da, ähm, hingehen Dann nimmt keiner die Punkte ein, offensichtlich, ne? Das ist halt voll die Zwickmühle irgendwie, ne? Äh Ah, wir verdienen auch wieder Punkte Weißt du, was ich mach? Wenn ich das hier eingenommen mit Selbstmord und Spawnern auf dem Schiff Ja Mit allen Mannen verteidigen jetzt Ja, aber wir haben das Ding auch schon fast down Also wir brauchen nur noch ein bisschen eigentlich Ja, wir haben keine Punkte, Mann, keine Kann ich Selbstmord nochmal machen? Wo ist unser Team? Das kann nicht sein Das bringt ja nichts, denn wir brauchen eigentlich Punkte Aber ohne Punkte Nein, ich spawn auf meinem Schiff, Alter Ja, mach, mach, ähm, verlegen Ich mach auch verlegen Zack Wie verlegen? Mach verlegen, ja, Selbstmord Ab auf Schiff, Mann Ja, ist geil So, hier ist, hier ist ein Oh, komm, 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 komm Laterspiel Okay, go, go, go Wo sind die? Schneller runter, glaub ich Wo, 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 wo müssen wir hin? Nein, das ist was Runter, ey, wir müssen einfach weiter runter So weit wie es geht Unter uns, ne? Wo geht's hier denn runter, Leute? Alter, ist so alles so verwinkelt hier Äh Ich bin unten Ach, scheiße, Mann Schade Schade Ganz ehrlich, ich find's Schade Ich find irgendwie Die Map, leise Ja, es geht ja nicht Es geht ja nicht darum, dass die Map scheiße ist Es ist einfach nur nichts passiert Von unserer Seite her, leider Ja, unser Team hat echt wenig gemacht, finde ich Ja Aber wir, wir Also unser Squad jetzt, ne, wir vier Leute Wir sind von einem Punkt zum anderen und wenn wir den eingenommen hatten, war der andere schon wieder weg. Das kann nicht sein. Das war auf jeden Fall ein interessanter Modus und mal eine Abwechslung, das ist ja nicht schlecht. Guck dir das mal an, unser Squad ist das Beste. Wir waren auch die ganze Zeit in Unterzahl, seht ihr? Ja, das war eine neue Folge Battlefield, liebe Leute. Übermorgen ist es die nächste Episode, 18 Uhr. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wenn auch, man muss ein bisschen mehr spielen in den Modus, damit man da reinkommt. Vor allem was Neues ist immer gut. Genau, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den Modus findet und wir sehen uns dann übermorgen um 18 Uhr wieder. Ciao und danke fürs Zusehen. Bis dahin. Bis dann, ciao. Bis dann, tschüss. See you. Hey, Mann! Bye, Mann! Untertitelung des ZDF, 2020